Hallo, da bin ich wieder. So, das Gewinnspiel ist seit 17 Uhr zu Ende. Ich möchte mich einmal bei allen recht herzlich bedanken, dass so viele Leute mitgemacht haben und mir so viel gratuliert haben und so viel supportet wird und so, taugt mir echt voll. Ja, ich glaube 15 Leute sind es, oder wie viel? 13? Ja, 13 Leute sind es, die mitgemacht haben. Die habe ich da in dem Lost-Off drinnen, da in dem Schachtel, die habe ich mir alle rausgeschrieben. Ja, wie gesagt, die Frage war, wer in Deadpool 1 und 2 den Schauspieler spielt von Deadpool, also ist der Ryan Reynolds, zum Gewinner gibt es dann das Deadpool 2 Steelbook. Sieht man es gescheit, oder? Mhm. Dann einmal, ja so, ich rier doch jetzt drinnen mal so ein bisschen umeinander und zieg dann an. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, und der Gewinner ist der MovieDog83. Ja, deine Presse habe ich eh noch, vom letzten Wichtl-Paket, gell? Also herzlichen Glückwunsch, MovieDog83. Du hast das coole Steelbook gewonnen. Ich melde mich nachher per PN bei dir. Ja, wie gesagt, möchte mich nochmal bei alle recht herzlich bedanken, wie gesagt, dass sie so viel mitgemacht haben, dass sie auch viel gratuliert haben. Hat mir voll getaugt, ja. Und ich hoffe noch auf weitere Abonnenten, was dann hoffentlich noch kommen und so. Wie gesagt, ich freue mich auch für das Video machen, so taugt mir voll. Und, ja, die weiteren Videos kommen dann eh nächste Woche und zwar. Wie gesagt, ich kriege dann von seit schon noch eine riesengroße Predator-Figur. Da werde ich dann mit der Kamera auch so ein Unboxing-Video dran. Mal schauen, wie das dann wird. Und, ja, dann möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei alle. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Danke, tschüss.